Wir alle protestieren gegen TISA, CETA und TTIP, gegen die entstehende Wirtschaftsnoto, gegen die im Geheimen verhandelten Freihandelsabkommen, die den multinationalen Unternehmen erlauben sollen, erstens den Service publik zu übernehmen, das heisst, klimatisieren von Bildung, Energie, Wasser und Gesundheit, ökologische Standards und Umweltschutzmaßnahmen, soziale und hygienische Schutzmaßnahmen wegzuwerfen. Demokratische Entscheiderprozesse und das Recht aus der Kraft zu setzen. Recht, Recht, Recht mit dem TISA, Recht, Recht, Recht mit dem TISA!